Ich wollte euch mal zeigen, wie es dann gibt, dass es dann einen Bug gibt, wenn man ASDF, ASD eingibt dann normal, aber wenn man F eingibt, dass dann alles mit Q erscheint. Also man sieht auch, wenn man jetzt die Q eingibt, dann tauchen die gleichen Vorschläge auf, also ASDF, der passiert ist. Wenn man dann Leerzeug macht, dann ist es wieder normal, dann kann man es ganz normal sozusagen eingeben. Aber mit ASD und dann hat sich jetzt so Enter gedrückt und schon war dieser Bug wieder weg. Jetzt geht es auf einmal, ich weiß auch nicht woran das liegt, dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch, ihr YouTuber, tschüss.